Sonntag, der 14. Februar, Sonnenschein und blauer Himmel. Ein Flieger zieht seine Spur, schönes Winterwetter bei 0 Grad und morgen soll es regnen. Der rauchende Schornstein spiegelt sich im Schnee, das Thermometer zeigt 0 Grad an und die Vögel picken das Futter. Schleierwolken ziehen auf und es gibt eine Wetterveränderung. Sonntag, es soll regnen. Montagnachmittag haben wir eine glatte Straße. Es taut. Donnerstag sind das die letzten Reste vom Winter. Das Wasser im Pool, was vereist war, taut auf. Wind kommt auf bei 8 Grad, weht er mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Dabei taut der Schnee schnell weg. Schneeglöckchen und Krokusse fangen an zu blühen, sowie die Stiefmütterchen. Die Sonne scheint und es soll bis Sonntag deutlich wärmer werden. Musik 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 Musik